Krösanti Kavazzi und Tom Beck begrüßen Baby Nummer 2 Süße Nachrichten von Krösanti Kavazzi, 35 Im vergangenen Herbst gab die Schauspielerin bekannt, gemeinsam mit Tom Beck, 46, erneut Nachwuchs zu erwarten. Die beiden sind seit August 2018 verheiratet und wurden rund ein Jahr später zum ersten Mal Eltern. Nun ist auch die zweite Schwangerschaft schon überstanden, auf Instagram verkündet der GZSZ-Star, dass das Baby endlich zur Welt gekommen ist. Seit Sonntag dürfen wir uns nun auch stolze Eltern eines ganz bezaubernden kleinen Mädchens nennen, schwärmt Krösanti und fügt hinzu, wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück. Passend zu den freudigen Neuigkeiten teilt sie einen ersten niedlichen Schnappschuss mit ihren Fans. Auf dem Foto sieht man die winzigen Füße des Wonneproppens, die von den Händen der restlichen Familie vorsichtig gehalten werden. Der stolze Papa Tom Beck trägt sogar einen silbernen Ring mit dem Wort »Dähte« auf dem Mittelfinger. Unendlich dankbar für dieses wundervolle Geschenk des Himmels, freut sich Krösanti zu dem Bild. Noch bis Februar stand die Seriendarstellerin regelmäßig für GZSZ vor der Kamera. Dann verabschiedete sie sich in die wohlverdiente Babypause. Damals erklärte sie gegenüber RTL, dass sie ihren Charakter Laura Lehmann sehr vermissen werde. Wann Krösanti zur Soab zurückkehren wird, ist noch ungewiss. Das hängt unter anderem von den Drehbüchern ab und ich möchte sicherstellen, dass ich 2025 erst wieder zurückkehre, wenn ich bereit bin und alles für meine Familie passt, erklärt sie. Wann Krösz